Ich kann den Garten nicht glauben, die sich dieses Tier frei zu lassen lassen. Es ist das neue Blut in der Stadt. Sie sind mitgebracht. Ihr dürft nicht sein Gesicht haben. Das ist bloß. egal. Wir gehen jetzt zum Rotwald weil ich nämlich nicht weiß, ob es da vielleicht einen neuen Gang nach oben gibt oder nach unten, weil wir suchen ja noch dieses rote Gebiet da ich weiß nicht, wie das heißt, wo die Tochter sein müsste ich habe noch keine Ahnung, wo das Gebiet ist schauen wir mal, wo ich das hier irgendwo finde immer diese langen Ladezeiten ein Bitschler aus Trotspolis ist eingetroffen er sucht einfach es ist kein Schalke, die wir hatten nur die Observationen eines übrigen Missionärers oh, erzähl mir das, was über Mogren ich liebe diesen Schalke Simply because I have business with that whore does not mean I care to discuss it how do you make your face get so red Alter ja, ja okay, ähm, Moment ja, wir haben hier die sollten hm Moment also, das Kind sollte in den Miller dort, in dem Miller gemeint hat, liegt irgendwo in den Weißsteinsenke achso, dann ist es da okay okay gehen wir da direkt mal hin ist irgendwie falsch im Kopf gehabt achso, in der Nähe von einer Höhle stimmt, da ist ja auch eine Höhle in der wir aber noch nicht rein konnten weil sie mit Sauer da waren war ja nix also, nicht anklickbar aber man hat gesehen, dass da eine Höhle ist gucken wir doch mal of course na, Höhle jetzt ist ja auch betretbar alles klar schneller Modus aus Schleichen an rein da einige Personen denen du in der Welt begegnest und mit denen du kämpfst können gefangen genommen und in deiner Festung eingekeckert werden das war bis jetzt bei einer Person der Fall und die habe ich freigelassen war bestimmt ein Fehler ach du Heilige ja was ist denn hier los hallo bitte nicht schon wieder ein Drache bitte nicht schon wieder ein Drache Wichte Wichte? oh Gott Wichte sind ja im Prinzip Kinder ohne Seele die eine Seele aber von eine Tierseele eingepflanzt bekommen haben und Milla ist direkt in der Mitte und der Fuchs ist in den Bauern davon gewetzt davon gewetzt und hat auf dem Holz alle Schafe zerfetzt obwohl das Mädchen singt sind die Wichte um uns herum seltsam ruhig sie kratzen mit ihren Klauen im Dreck die blutunterlaufenden Augen halb geschlossen während das Mädchen sein Lied singt und summt plötzlich blickt sie auf und bemerkt dich sie sieht sich in der Höhle um als würde sie hoffen du wärst wegen jemand anderem hier ich bin Milla das sind meine Freunde sie deutet auf die Wichte und betrachtet dich dann sorgenvoll bist du hier um mit uns zu spielen die Wichte blicken auf als sie die Sorgen ihrer Stimme hören ihre Pupillen verengen sich ich bin gekommen um dich zu retten deine Mutter sucht nach dir Milla zuckt zusammen ihr Gesicht verzieht sich zu einer trotzigen kleinen Maske die Wichte bemerken die plötige Bewegung und fauchen Großzunge Millas schriller Schrei richtet sich einem zischenden Wicht der ihr am nächsten ist sei nett sie richtet ihre Aufmerksamkeit wieder auf dich ich will nicht wieder nach Hause sie schreit mich nur an ich will nur meinen Freunden spielen sie baut keinen kleinen sie baut einen kleinen Berg aus dreckigem Schnee das sind nicht deine Freunde das sind Wichte du kannst nicht ewig hierbleiben du steckst sie in ziemlichen Schwierigkeiten weißt du magst du Süßigkeiten wie wäre es mit einem rauer Teikeks magst du Süßigkeiten wie wäre es mit einem rauer Teikeks wäre ja Lügen machen wir mal die Wahrheit einen echten rauer Teikeks von denen habe ich gehört Millas Augen weiten sich vor Neugier kriege ich wirklich einen wenn ich dir den Keks gebe gehst du dann nach Hause zu deiner Mutter wenn du jetzt nach Hause gehst gebe ich dir einen nein unartige Kinder kriegen keine Kekse den Keks lächelnd auf den Boden fallen lassen und langsam mit dem Stiefel auf dem Eis zertreten alter wir machen das ja Millas nickt stumm sie nickt okay dann Millas den Keks gehen Millas geht auf dich zu und nimmt den Keks vorsichtig in ihre kleinen Hände völlig auf die Leckereien konzentriert beginnt sie an der Räder zu knabbern während sie wortlos in Richtung des Höhenausgangs schlürft die Wichte beginnen ihr hinaus zu folgen als sie aber die Höhle verlassen sehen und hören sie Tiere in der Wildnis und werden abgelenkt eines nach dem anderen schleichen die Wichte in das Unterholz um zu jagen wir sehen uns im Dorf das war ja das war ja einfach easy war ich gelootet da Türnkappe was ist hier jetzt passiert in der Eskorte minus 5 Prestige du bist immer ja einer schicken wir mal Sagani mit hier Türnkappe ok sollte man aber vielleicht der Mutter sagen dass hier auf einmal Wichte waren und so halt nicht cool naja gut mehr ist hier nicht das war jetzt aber eine sehr einfache Quest WTF wie komme ich denn hier raus achso da so hm ich muss ja nicht mal kämpfen war ja einfach hm ich bin jetzt zum Eisenpflegel festung das tue ich aber noch nicht ich gehe jetzt mal die Quest abgeben und dann liegt der Luke ins Batterie guck was da läuft mit Galvino will ich noch sprechen dann haben wir auch glaube ich schon alle Nebenquests abgeschlossen passt hei 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 so dann einmal hier hin bitte ich glaube hier war die Mutter ne ja Möge Möge Ondra dich segnen meine Miller ist zurück Reuses vom Wind gepeitschte Gesicht ist aufgeblüht ihre Augen sind rot und ich werde dieses Mädchen eine Woche lang nicht aus den Augen lassen sie blickt zornig zu Miller hinab und räuspert sich laut Miller macht ein paar Schritte nach vorne und sagt wie auswendig gelernt tut mir leid dass ich dir so viel Ärger bereitet habe danke dass du mich nach Hause gebracht hast ich verspreche dass ich nicht wieder davonlaufe sie blickt zu ihrer Mutter hinauf als Royce nickt gibt Miller dir eine Handvoll warmer verschwitzter Münzen ganz ehrlich das Geld brauchen wir nicht Miller blickt zurück zu Royce sie nickt danke mein Herr das Mädchen steckt die schmutzigen Münzen ein blickt dich aber immer noch nicht an weil der Vater wird immer gefeuert dass es nicht gut die brauchen hat Geld als Royce sie jedoch verblickt um mit jemand anderem zu reden blickt Miller dich schüchtern an und flüstert danke dass du meine Freundin nicht getötet hast ich habe im Wald eine Blasenmütze gefunden bei den Wurzeln die aussehen wie Drachenschwänze ich wollte sie anziehen aber sie war zu schwer sie blickt zu Royce die immer noch abgelenkt ist aber du kannst sie haben wenn du willst sie liegt immer noch bei den Wurzeln Moment was? was? bei den Wurzeln? Moment nochmal mit ihr reden ich habe nicht einmal Papa von der Blasenmütze erzählt sie liegt beim See unter den großen Wurzeln okay ich bin okay warte aha geh mal holen direkt wieder zurück Não wie geht sie hin und her laufen? Hm, ich bin ja mal gespannt. Bei den Wurzeln, ja. Das wäre dann ja hier. Hier ist doch der fette Baum, oder? Also hier. Nimm es mal stark an. Ja, da ist es. Hier wäre es, Zauchhelm. So einen haben wir schon, aber danke. Na ja, gut. Jetzt gucke ich mal eben, was die Quest angeht. Haben wir jetzt wirklich alles gemacht? Kopfgeld mal gerade als Anhänger. Tötet Road Rift bei den Feuerfällen. Ach, das war das. Und nimm ihren Kopf an dich. Malgranz Anhänger sind auf dem Weg nach Norden und wurden zuletzt bei den Feuerfällen gesehen. Ihre Anführer ist eine Frau namens Road Rift. Feuerfälle. Wander von Räubern, die sich selbst Malgranz Anhänger nennt, überfällt ein kleines Dorf im ganzen Dürrwald. Nachdem Stahlbad plötzlich zu neuem Reichtum gekommen ist, befürchtet das Dorf das nächste Tier sein könnte. Das heißt, sie sind aber nicht in diesem Gebiet. Die sind hier, oder? Da sind die. Alles klar, dann gehen wir da mal hin. Haben wir noch ein Kopfgeld. Schauen wir mal, was da los ist. Okay, der Bachelor ist weg. Wunderbar. Schauen wir mal, wo die sind. Ich speicher mal. Alles klar. So. Schauen wir mal, wo die sind. Wahrscheinlich in der Mitte, oder? Ja, das ist wahrscheinlich. Da sind sie. Hallo, wir machen euch fertig. Eventuell, vielleicht auch nicht. Wir gucken mal. Wow. Wow, du kriegst aber ein Derbe ein auf die Fresse. Alter Schwede. Alter, der Zauber macht echt böse Damage. Ja gut, es passt. Alles klar. Ja gut, es passt. Mein Geist fühlt sich sehr starker Stimme. Hä? Da ist jetzt Achso, der Road Rift noch, natürlich. Alles klar. Er hat irgendwie endlos viel Leben, alles klar. Ist aber benommen, kann nichts machen. Den schaffen wir schon. Komm, stirb. Geht doch. Kann man looten, bitte. Quest fertig. So, was haben wir noch von der Quest? Das heißt, Kopfgeld, die Schrecken der Weißsteinsenke. Lösch ich den Schrecken der Weißsteinsenke aus und finde die Brosche wieder. Eine Fäule. Wenn ich Kreatur getötet habe. Bei einer Lawine sind vor kurzem auf der Straße in der Weißsteinsenke Dutzende von Reisenden und Händlern ins Leben gekommen. Ihre Seele haben eine Fäule gebildet. Jetzt in der Gegend... Moment. Die einzige Lawine, die ich gesehen habe, war da, wo wir gerade eben waren. Nicht jetzt echt blöd? Kann ich sein, ey. Doch, das war... Das ist echt hier. Das ist so unfassbar. Okay. Wir laufen immer hin und her. Wir haben zu viel Zeit. Wir mögen scheinbar Ladescreens. Yay. Dann können wir nachher beide Kopfgeld aber gleichzeitig abgeben. Und wenn ich das dann habe, mache ich, glaube ich, mal eine Pause. Drei Stunden durchgespielt ohne Pause. Eieiei. So. Hier ist die Lawine nämlich. Das heißt, wir gehen jetzt mal hier hin und dann gehen wir in den langsamen Modus und schleichen. Und gucken. Und speichern. Und... Ja, nichts Neues zu berichten. Alles klar. Ich meine, was? Bedeutend ist, das Abenteuer läuft ab. Hä? Habe ich was verpasst? Abenteuer hinzugefügt. Die Quest läuft in drei Tagen ab. Nein. Moment. Ich werde den Einkampf nochmal neu machen, aber jetzt ist es noch da, oder? Habe ich nicht gesehen. Wieso habe ich das nicht gesehen? Verdammt. Du hast mir das gar nicht gelesen, dass die Quest vorbei ist. Ich habe hier eine Quest verpasst. Ich glaube es nicht. Hoffentlich ist die hier nicht schon abgelaufen. Na komm. Boah, das Laden, Alter. Boah. Der Intellekt wirkt sich auf den Wirkungsbereich und die Dauer von Fähigkeiten sowie auf den Willen aus. Außerdem kann er in Dialogen und geskripteten Interaktionen verwendet werden, wenn Logik oder Denkvermögen gefragt ist oder so, ja. Neues Abenteuer hinzugefügt, ja. Anweisen. Warte. Kann ich das nicht lesen? Das heißt, ich habe alle Abenteuer, die ein Storyquest haben, gemacht. Ich glaube, die haben nie damit gerechnet, dass jemand das Spiel so ausführlich spielt. Ähm, okay. Dann schicken wir mal den Teufel mit. Einfach nur noch so. Alles klar. Gut. Jetzt nichts Besonderes. Dann in dem Fall. Aber Erfahrungspunkte, Geld, immer gut. Machen wir halt nochmal den Kampf hier. Das war jetzt nicht so schwer. Wir müssen den Priester zuerst platt machen. Warte mal, wo ist der Priester? Ja. Den machen wir zu... Warte mal, den Priester können wir einfach übernehmen. Weißt du was? Das machen wir so. Zack. So viel zu dem Thema. Ich habe da richtig gut. Wo ist der Priester? Wo ist der Priester? Da. Wieder beleben. Ich halbe die wieder auf. Go go. So. Okay. Okay, das gewinnen wir wieder schnell wieder. Das war es doch praktischerweise schon. Läuft. So, dürfen looten. Okay. So, dann gehen wir jetzt wieder nach oben. Machen wir jetzt den Kampf dort und dann mache ich eine Pause, glaube ich, erstmal. Dann habe ich alle Nebenquests abgeschlossen und dann geht's zur Durkens-Batterie. Obwohl, da war ich dann wahrscheinlich noch ein Nebenquest und dann ist alles gut. Rechnen. Rechnen. Steiger-Modus aus. Also, Steiger-Modus brauchen wir auch nicht. Der normale Modus reicht, hoffe ich. So, die Geister höre ich schon mal. Warum sind die nicht vorhin da gewesen? Man muss echt die Quest vorher haben. Da sehe ich ja schon, dass die Geister sind. Das ist ja so grünlich hier. Der ist aber einfach zu besiegen. Die sind ja nur normale Geister. Nicht, dass wir die schon mal gesehen hätten. Doch das Schreck der Weisnecke, den haben wir noch nicht gesehen. Aber den sollten wir Immun gegen Frost, Immun gegen Schmetter-Damage, alles klar. Immun gegen Gewebungsunfähig, Boden, Erkrankt, Gift, Humpeln, Krankheit, Niedergestreckt. Die 6. Schaltreduktion auf, oder was sowas heißen, dass wir blitzen. Weißer hat das zweite noch nicht genau, was es zu deuten hat, da. Aber gut. Den Kampf gehen wir locker. So, das war's schon. Bringe die Brosche zu Aska ins Stahlbad. Alles klar. Gut. Mal hier unten rausgehen. Ja. Dann gehen wir nochmal Stahlbad und geben jetzt die beiden Quests ab. Das Grabstein-Symbol markiert eine Gedenkstätte. Hier finden sich persönliche Mitteilungen unserer Bäcker. Spieler, die völlig in die Spielewelt eintauchen wollen, sollten diese meiden, da viele dieser Mitteilungen möglicherweise die Immersion reduzieren könnten. Ja. Wo kann ich jetzt mit dir reden mittlerweile wieder? Ich zeige mir hier an, dass da noch eine Nachricht sein soll, aber ich finde da nichts, was ich noch nicht gefragt hätte. Erzähl mir von Magran. So. Genug von Magran. Ich habe andere Fragen. Nein. Wer sind ihre Feinde? Du kriegst einen großen Groll, kriegen sie. Genug von Magran. Ich wollte dich etwas über Magran fragen. Ich wollte mehr über... Dann machen wir das hier. Ich würde dich noch etwas anderes fragen über Magran. Genug von Magran. Mehr über... Ja, was anderes. Okay. Wie siehst du Magran? She is a goddess. Was sind ihre Aspekte? Ohne Flamme und Feuer wären wir in der Dunkelheit nicht weit gekommen. Oh, dann gibt es... Das habe ich alles schon mal gehabt, aber irgendwie muss ich dann noch was machen, damit das hier weitergeht bei dem. Dann gibt es also verschiedene Sichtweisen über sie. Das hier kann ich halt nicht fragen, weil ich kein Edira bin. Aber das muss auch ohne gehen. Um was sieht ein Edira denn? Okay. Lektionen. Was meinst du damit? Genug von Magran. Ich habe andere Fragen. Hm. Ich hoffe, die Antworten werden mehr Fragen sehen. Ich würde dich über die Region und der Frage... Weißt du irgendwas über den Dirrwald und die... ...gegen Nationen. Ich würde dich über die Region und deren Geschichte befragen. Das habe ich doch schon gehabt. Hey. Ach, ich glaube es nicht, ey. Irgendwie geht es noch nicht weiter in der Story. Ich weiß auch nicht. Irgendwas fehlt mir da. Irgendwas fehlt mir da. Ähm... Wohin denn die Kopfgräder dich abgeben musste? Ich glaube hier unten, oder? Weiß ich gar nicht. Mal grad schauen. Der eine war von Asuka, die andere weiß ich gar nicht mehr. Asuka, hallo? Das schreckende Wallsteinsenkel ist Geschichte. Schön, dass es vorbei ist. Ein Jammer, dass wir so viele Leute verloren haben. Aber zumindest können wir jetzt Arbeiter losschicken, um die Lawine zu räumen. Hier ist der versprochene Belohnung. Ich bin hier, um das Kopfgräder in Rotwiff abzuholen. Ah, okay. Den Göttern sei Dank. Vielleicht waren sie nicht auf dem Weg nach Stahlwart. Aber ich wollte kein Risiko eingehen. Hier ist die versprochene Belohnung. Es sind ein paar neue Berichte eingegangen. Ich dachte vielleicht hätte es für Interesse. Naja, ich habe es gehofft. Ah, okay. Das ist also die neue Kopfgelddame hier in dem Spiel. Äh, in dem Addon. Alles klar. In der Weißsteinsenkel, schon wieder, macht ein Rudel von Lagufeff Ärger. Als wäre die Lawine noch nicht schlimm genug, was? Und dann gibt es noch einen Piraten, Brynlord, den die Reißzähne tot sehen wollen. Ich nehme jetzt mit den Lagufeff auf. Sie haben sich ein kleines Spitznamen verdient, Rotwasser Lagufeff, weil die kleinen Racker ihre Beute unter Wasser zehren. Sie sind zusätzlich in der Weißsteinsenkel aufgetaucht und bedrohen die Leute. Wer sie ausschaltet, der kriegt eine saftige Belohnung. Erzählen wir mehr über den Piraten Brynlord. Ein Medium aus dem Todesfeuerarchipel. Die Art von Medium, die sich auf ein Schiff schwingt und die gesamte Besatzung überzeugt, sich zu ertränken. Ein zweitens hat Brynlord Geschichten gehört, was sich in equitanischen Ruinen für Schätze finden lassen und ist ins Landesinnere gezogen. Die Reißzähne haben ihre besten Kriege auf Brynlord gehetzt, nachdem er einige Tempel geplündert hatte. Aber sie haben ihn nicht einmal ein Kretzer verpasst. Zuletzt wurde Brynlord wohl irgendwo bei der Dürfurt-Flusskreuzung gesehen. Bring mir Brynlords Kopf und du bekommst die Belohnung, die die Reißzähne ausgesetzt haben. Na gut, wir brauchen halt ein paar Kopfgelder. So, okay. Warte, was bin ich jetzt hier ab? Äh, was? Ein Pfeifen im Schiff hinzugefügt. Die Quest läuft in zwei Tagen ab. Moment. Okay, was haben wir da? Die Zochnirsee in den Xer-Mittelebenen ist berühmt für die wunderschönen Blumen, die jedes Jahr im Frühling mehreren Wochen lang an einem Ufer blühen. Die örtlichen Bauern ernten die Blumen für ein Frühlingsfest in allen umliegenden Dörfern. In den letzten drei Jahren sind bei der Blumenernte vier Bauern verschwunden. Es gab keinen Augenzeugen für die Entführungen, aber die Einheimischen berichteten jedes Mal, dass sie aus dem hohen Schilf ein hohes Pfeifen gehört hätten. Wenn die Entführungen wenige Tage später am Ufer des Sees wieder auftauchen, scheinen sie glücklich zu sein und lächeln. sind sich aber der Welt um sich herum nicht bewusst. Die seeligen Opfer erholen sich von diesem Zustand nicht mehr und sterben wenige Wochen später. Die Philosophen des Klosters in der Nähe des Zochin-Sees bieten den örtlichen Herrscher, sich Hilfe von außerhalb zu holen. Ähm, sag gar nicht. So, warte. Ähm, Moment, 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 Moment. Nein, nicht da. Hier. Also hier der Flusskreuzung, ja. Alles klar, gehen wir da mal hin. Ah, ja, ich glaube, ich krieg's heute nicht durch. Oh, je, 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 ich mach zwar noch ein bisschen, aber durch bekomm ich's, glaube ich, heute nicht mehr. Das sind doch sehr viele Nebenquests. Und ich weiß ja nicht, wie lange die Hauptgeschichte noch geht vom Add-On. Ei, 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 ei. Äh, ne, das ist nicht das. Warte. Angesehener Besucher geht in 18... Okay, warte, 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 warte. Angesehener Besucher? Hm, 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 hm. Hä? Darf ich grad nicht? Angesehener Besucher geht in 8 Tagen 16 Stunden. Ja, aber was? Ich kann ja gar nichts mit dem machen. Moment, bin ich gerade blöd. 1, 2, 3, 1, 1, 1, 1, 1. 1, 4, 2, 2, 1. Ich sehe auch sonst keine Besucher hier. Hä? Ist der ein Auftrag für mich? Ich glaube nicht. Da man redet... Okay, warte mal, wir schleichen mal, weil ich nicht weiß, wo die sind. Könnten hier überall sein, tatsächlich. Wahrscheinlich aber hier. Können natürlich auch hier sein. Na, wo sind sie denn? Wahrscheinlich doch hier oben, ne? Hab ich mir aber schon gedacht, dass sie hier oben sein werden. Was sind die denn jetzt in der Oga-Höhle? Das ist ja super krass. Lesen. Äh... Sucht Ruin von Eikland-Fav nach evictanischen Schätzen. Die 6 Stämme von Eikland-Fav möchten, dass du an Stellungen angeblich ein Ende bereitest. Ich nenne das. Ruinlord wurde zuletzt zwischen Dürfurt und Kliaban-Rilak gesichtet, also da wo ich jetzt bin. Die 13 haben ihre Bestmänner auf ihn eingesetzt. Vergeblich, sie sucht verzeifelt nach jemandem, der die Stellungen der Ruin an Ende setzt. Zwischen Kliaban-Rilak und Dürfurt. Ja, das ist ja hier, wo ich jetzt bin. Also muss ja irgendwo hier sein. Könnte natürlich in die Höhle gegangen sein, der Typ. Aber hier ist er... nicht. Dann könnte er hier sein. Oder hier, da habe ich jetzt auch nicht geschaut. Wenn er hier nicht ist und da nicht ist, dann muss er in der Höhle sein. Dann wird er mit Sicherheit nicht... Ne, da drin wird er nicht sein. Das wäre komisch, wenn er jetzt in dem Dungeon wäre. Es wäre aber auch seltsam, wenn er hier wäre, ehrlich gesagt. Also hier drin. Ah. Gucken wir mal. Ah, da haben wir sie. Aber wie cool, dass sie hier so viele Deadfire-Sachen reinbringt für den nächsten Teils und als Anspielung. Ein bisschen aufpassen gerade. Ich hab doch einen Derbe auf die Fresse mal wieder. Boah, Alter, wie schnell die einfach stirbt! Was zum Teufel! Der Burst-Damage! Was ist denn hier los? Wut! In diesem governo könnt ihr documentaries Bestellte mit gegen den Schiffe oder und das Co-Dann im grauen Spaß re haven't! SPARKA 세팅end! Okay, ich glaube ich verrecke hier gerade! Was zum Teufel... Okay, die haben...kirke Crawlez. Thema diesesProdukt ist im Schfleisch. Auf 90-70 für eine Katzeadorschein, aber ganz schnell! Lekt aufrocken! Wäld! Ist ja keiner Hilfe! Er hat keinen Hilfe dabei! Ähm... Ich bin tot. Alter Schwede, die hauen rein! Ha! Okay. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Die ganze Zeit alles so easy und jetzt... Okay, muss ich ein bisschen aufpassen. Muss ich ein bisschen aufpassen. Aber das machen wir nach der Pause.